UNTERTITELUNG Lass die Finger von den Kindern Finger weg von den Kindern Du mit deinen Tests Kannst dich selbst impfen Impf dich selbst Abstandsregeln einhalten Wo ist denn der Abstand? Abstandsregeln Wo ist denn die Maske? Verbrecher seid ihr? Die Elite feiert unter sich Das Volk ist ausgeschlossen Ohne Volk CDU Parteitag Wo habt ihr denn die Abstände? Wo habt ihr denn die Abstände? Wo habt ihr denn die Abstände? Auf geht's euch Handschlag ist verboten. Hygieneregeln ist mir egal. Wo ist denn euer Abstand? Wo ist denn euer Abstand? 1,5 Meter und Masken wie in den Grundschulen. Wo ist denn euer mobiles Impfteam, wenn ihr hier schon alle seid? Wo ist denn das? Das bietet sich da an. Bratwurst und Impfe. Könnt ihr da machen. Wo ist denn das mobile Impfteam? Wird das nur an die Schulen geschickt? Wird das nur an die Schulen geschickt? Verbrecher. Gen-Experimente. Nichts anderes. CDU-Parteitag. Das Volk ist ausgeschlossen. Nur auf Einladung. Nur auf Einladung darf hier gefeiert werden. Familienfeststätte im Internet. SED-Parteitag. Das läuft. Lass die Kinder in Ruhe. Wo ist denn deine Frau? Frau Hoffmann. Frau Hoffmann. Wo ist denn die? Fehlt die heute? Annett Hoffmann. Wo ist sie denn? Verbrecher seid ihr? Verbrecher seid ihr? Sicherheitsabstand. Wo ist denn Sicherheitsabstand? Sicherheitsabstand. Wo ist denn der Sicherheitsabstand? Hier? Ja. Hier? Dort. 1,5 Meter steht ja da. Maskenpflicht. Seit Dienstag im Erzgebirgskreis. Seit Dienstag. Im Erzgebirgskreis ist Maskenpflicht. Auch für Veranstaltungen. Ja, schöner Handgruß. Aber ein Kind bringt dir bei sich mit Ellenbogen zu begrüßen. Ganz genau. Das sind die. Das sind sie. Ja. Ja. Ihr Handschlag. Handschlag. Wird alles ab... Alles verboten. Alles verboten. Ihr macht's. Ihr macht's. Grundschule. Dreimal Testpflicht. Ab nächster Woche wieder. Viel Spaß. Den habt ihr das zu verdanken. Herr Kretschmer. Einmal nach Berlin fahren und dann hier Sachsen in den Abgrund treiben. Merkel lädt ein. Herr Kretschmer kommt. Letzte Ministerpräsidentenkonferenz. Wo waren Sie, Herr Kretschmer? Im Urlaub. Im Urlaub. Der einzigste Ministerpräsident von 16 Bundesländern. Herr Kretschmer macht Urlaub. Das ist für die Sachsen. Das ist für die Sachsen. Ein Ministerpräsident macht Urlaub. Unser Herr Kretschmer. Pfui. 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 Und hier steht alle Spalier. Der König kommt. König ist da. Eine Schande. Eine Schande. Eine Schande. Ja, in der Demokratie hört man sich auch gegenseitig nicht zu. Genau das ist Demokratie. Den anderen nicht zuhören. Genau so wird's gemacht. Super Verständnis. Verbrecher seid ihr. Nichts anderes. Die armen Kinder. Guten Tag. Holger ist eure Zwischenrufe hier. Die stört ein bisschen. Wen? Die Veranstaltung hier ist. Eine geschlossene Veranstaltung. Für geladene Gäste. Sie können sich das gerne angucken. Aber ohne die ganze Zwischenrufe. Ohne Zwischenrufe. Ohne Zwischenrufe. Außerdem könnt ihr da drüben bitte. Fahr an der Schrauseite. Hi, hi. Sie kriegen jetzt praktisch auf den Bereich der Platzverweis. Sollten Sie sich nochmal hier auf einen Kürtbuschen mit Zwang verbringen. Stimmt fallen gewartet. In Ordnung. Das ist doch. Stand da rüber bitte und ruhig halten. Da musst du alle mitmachen. Ja. 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 Ach so. Eine Chance, eine Chance. Eine Chance, eine Chance. Eine Chance, eine Chance. Eine Chance, eine Chance. eine Schande eine Schande eine Schande Kasperle Theater Volk Volk ist ausgeschlossen der Elite feiert unter sich Keinen Arsch unter Hose ein bisschen Kasperle Theater ein bisschen Kasperle Theater hier stehen sie Spalier da stehen sie Spalier auch was Arschloses schämen sie in die Süchte schämen eine Schande eine Schande eine Schande da stehen sie alle parat so ist ein Arschkücher schämen stein schämen 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 schämen